Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, ja wie ihr hier sehen könnt, wir wenden uns in dem vorletzten Kapitel in dem Schuljahr der Menge Z der ganzen Zahlen zu. Was ist das, die Menge Z der ganzen Zahlen? Man kann es sich anhand diesen Bildern ja eigentlich schon zusammenreimen. Es geht wohl um Plus und Minus. Was kennen wir? Plus sind bisher die Zahlen, die wir kennen. Minuszahlen sind die, die wir noch nicht kennen. Und das hat jetzt irgendwie was mit ganzen Zahlen zu tun, das werde ich jetzt noch ausführlich erklären. Wo kommen denn solche Plus-Minus-Zahlen vor? Als erstes habe ich dieses Bild hier mit der Temperatur. Klar, es gibt Plusgrade, es gibt Minusgrade. Wenn man sich das hier jetzt mal anschaut, ja da gibt es momentan sind es 29 Grad und irgendwann kommt die Null. Also die Temperaturen können runtersinken und dann geht das Ganze noch auf eine andere Seite. Also da können wir natürlich nicht sprechen, dass es dann hier Plus 20 Grad hat, sondern das weiß jeder selber. Das nennt man dann Minus 20 Grad. Wo hat es sich noch eingebürgert? Ja bei dem Geld zum Beispiel, wie man es hier sehen kann. Gut, wenn man Geld hat, dann hat man normalerweise kein Minus. Aber man kennt das vielleicht schon vom Konto. Ja, das Konto ist ein Minus. Deswegen ist es auch meistens dann rot gekennzeichnet. Heißt man hat Schulden. Also Schulden werden normalerweise mit Minus-negativen Guthaben gezeichnet. Ja und was sich dann natürlich auch erneuert, ist die Zahlenhalbgerade. Das ist jetzt keine Zahlenhalbgerade mehr, sondern eine Zahlengerade. Denn hier bei der Null, da geht das Ganze dann weiter nach links. Also wir haben jetzt hier nicht mehr einen Anfang bei Null, wo es nach rechts unendlich geht, sondern es geht auch noch nach links unendlich und zwar mit verschiedenen Zahlen, mit Minuszahlen. Und deswegen ist es auch keine Zahlenhalbgerade mehr, sondern als Zahlengerade. Schauen wir uns das Ganze nochmal im Detail genauer an. Diese Zahlen hier, die hier stehen, 0, 1, 2, 3, 4, die kennen wir dem Namen nach aus der 5. Klasse. Das ist die Menge der natürlichen Zahlen inklusive der Null. Wenn man die Null weglassen täte, dann wäre es nur die Menge der natürlichen Zahlen. Und da kommen jetzt noch weitere Zahlen hinzu, und zwar die negativen Zahlen. Minus 1, Minus 2 und so weiter. Natürlich haben die auch einen Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das geht auch unendlich weit, also quasi das unendlich weit nach rechts und das hier unendlich weit nach links. Und das nennt man dann zusammen die Menge Z der ganzen Zahlen. Also die Menge Null ist eine Teilmenge von Z. Das darf man mal nicht verwechseln. Viele denken immer, Z sind die negativen Zahlen. Nein, nein, das ist falsch. Das hier sind die negativen Zahlen. Und zusammen mit den natürlichen Zahlen inklusive der Null, das alles zusammen ist Z. Quasi von Minus unendlich bis Plus unendlich ist Z. Die Zahlen Plus 1, Plus 2, Plus 3 sind die positiven ganzen Zahlen oder die natürlichen Zahlen. Also wir haben jetzt natürlich hier ganze Zahlen. Vorher hat man das nur natürliche Zahlen. Jetzt könnte man eben sagen, das sind die positiven ganzen Zahlen. Und die Zahlen Minus 1, Minus 2, Minus 3 und so weiter sind die negativen ganzen Zahlen. Die positiven und die negativen ganzen Zahlen und die Null, die bilden die Menge Z der ganzen Zahlen. Also positive ganzen Zahlen, negativen ganzen Zahlen, die Null, das ist die Menge der ganzen Zahlen. Und die nennt man Z. Immer daran denken, ist ein Doppelstrich bei den Mengen. Und hier wird das eben in dem Strich in der Mitte gemacht. Das heißt, Z könnte man schreiben, Punkt, 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 Minus 3, Minus 2, Minus 1, 0, 1, 2, 3, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also von links offen und von rechts offen. Sie lassen sich auf einer Zahlengeraden darstellen. Das haben wir gerade eben schon gesehen gehabt. Von Minus 5 bis Plus 5 habe ich es jetzt hier gezeichnet. Aber es geht natürlich hier ins Unendliche und hier ins Unendliche. Man macht aber immer nur einen Pfeil, nämlich den hier. Ja, das kennen wir von der X-Achse, habe ich noch kurz hier hingeschrieben. Das links sind die negativen Zahlen und das rechts sind die positiven Zahlen. Die negativen ganzen Zahlen, die positiven ganzen Zahlen. Und hier in der Mitte ist noch die Null. Die gehört irgendwo nirgendwo dazu. Also negative ganze Zahlen, positive ganze Zahlen und die Null. Das sind dann quasi die Menge Z der ganzen Zahlen.